So, und jetzt geht es natürlich wieder weiter, Knall auf Fall mit dem Video 9 oder so? 8. 8? Müsste es sein. 8 oder 9, wir brauchen nicht mitzählen, das könnt ihr ja unten dann im Tag lesen, welches Video es ist. Wir müssen jetzt den Sonak töten, um Ratsch zu retten. Und ja, wir werden dazu versuchen, sehr viel Gewalt anzuwenden. Jetzt gucke ich erstmal auf die Karte. Wir können es aber doch auch friedlich lösen. Ja, schmier dir dein Brot. Hier ist mein Standort, ich gucke natürlich komplett in die falsche Richtung. Kann ich den Brunch leer machen? Ja, mach den Brunch leer. Oh, da hinten sind schon Gegner. Oh, die haben mich bemerkt. Aber du nix. Oh, doch. Ja, Kopfschüsse kann nur ich verteilen, wie man sieht. Wieso sieht man das? Ja, eben habe ich heute ein Head-Oar gegeben. Head-Oar. Wow, wow, wow. Ja. Einen Mist viel weniger. Einen Mist viel weniger. Ah, hier sind Minen. Aber das ist immer gut, wenn es so ein Schmarti-Shop in der Nähe ist. Da kriegen wir Prozente. Wir müssen gar nichts zahlen. Ne. Es gibt keine Werbung im Spiel. Die verbleibende Lebensenergie füllt sich auf und dann sieht das gut aus. Dann sieht es super aus. So wie mein Proto ist, ich glaube. Schild. Wow. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie hat man das denn aktiviert? Ah ja, auch mit Shift. Jetzt hast du doch dein Schleichteil noch mehr. Ja, genau. Und wie benutze ich das? Achso, Leertaste. Ja. Nitro. Nitro Pack. Nitro Clip-Sony. So, jetzt müssen wir mal gucken, weil hier das war ziemlich knifflig. Wow. Sehr klug. Gut. Was hast du eigentlich gegessen? Was ist da auf dem Teller? Da auf dem Tisch? Was für ein Teller? Einen da auf dem Tisch? Wie sind die da so? Das sieht nicht gesund aus. Ach, was weiß ich. Schon eine Woche her. Soll ich was da wissen? Das ist unglaublich. Das ist so eine Scheiße hier. So, hier sind wir jetzt wieder Ripper. Oh, der quietscht. Ja, qui-qui-qui-qui, du Sau. Und wie schmeckt dein Brot? Ja, wir sind so hart am Videos machen, da muss man auch zwischendrin mal ein Brot essen. Also schmeckt gar nicht mal so gut. Ich würde gerne so die Power-Faust benutzen dürfen. Weißt du, wie geil das wäre? Power-Faust? Ja, drauf, jetzt muss ich erst mal. Guck mal. Sie reden miteinander, auf einmal findet ihr den Topf. Und alle bleiben stehen und tun nichts. Die wissen nicht, wo es herkommt. Das ist geil. Ja, jetzt haben wir den ersten Trupp erfolgreich ausgeschaltet. Und die drüben... Und die drüben... Ich nehme mal eine Spritze, woher passt der nicht. Aber es ist immer gut, weißt du, wenn du kannst. Du musst nicht, aber du kannst. Ja. Wir halten uns alle... Oh, da ist das Arschvieh. Guck doch. Oh, das ist ein Schinken, Salz. Das hat gesessen. Bis gleich umgedreht hat er schon längst tot. Ja. Aber der ist... Oh, wow, wow. Das ist ein Schallschuss. Der holt uns vom Himmel. Oh, was? Oh. Yo, das lief ja schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir zurück zum BoJoycy. Versuchen Sie wenigstens ernst dabei zu klingen. Okay. Das ist mein alter Smarty mit Prostata-Problem. Aber ich glaube irgendwie, dass das nicht ganz so einfach sein wird. Aber wir sind ja jetzt zu dritt. So ein bisschen wie die Village-People. Die zwei sehen sich sehr ähnlich. Und jetzt knallen sie gegen den Baum. So. Nehmen wir mal die normale Knarre jetzt. Mit so viel Firepower brauchen wir jetzt hier nicht ausrasten. Ähm. Aber ich habe so das ungute Gefühl, dass wir hier noch nicht fertig sind. Also ich bin fertig. Ich bin mal froh. Ja. Sehr gut. Wo ist er hin? Ist irgendwie hier? Hoch. 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 Das war eine Granate, hast du gesehen? Ja. So. Die ganze Außenstreckung kannst du nicht springen. Ich glaube, jetzt habe ich gerade meine Mitstreiter in die Luft gejagt. Also mit so vielen kleinen Blaster ist das natürlich geil. Dann müssen die zwei nur noch mal Gas geben, ey. Okay. Ich werde fertig. Achso, ich werde das Wasser. Geh mal kurz rein und stopp dich mal auf. Ja, aber wir haben ja eben gesehen, dass wir dann trotzdem angegriffen werden. Guck mal, das ist ein kleines Hüße. Oh, ist das Goldig. Was hast du gesehen? Das ist ein Backflip. Oh, ein Flip. Ja, aber mit viel Back. Willst du ein Flip, wo man gerade dabei sind? Nee, danke. Okay. Das macht mich immer so müde. Yo, bei der Gelegenheit, wo ich jetzt gerade müde sage, was euch noch mehr müde machen könnte, das ist unsere Facebook-Seite, die Vorspieler. Da findet ihr so ein paar Infos zu uns. Die haben wir eben gerade noch geschrieben. Also die glühen noch. Aber bis ihr das seht, sind zu kalt. Yo. Genau. Aber hier ist noch der letzte. Der kriegt jetzt nochmal die Blaster. Guck mal hier, wie geil das aussieht. Bam, bam, bam. Keiner trifft. Sehr geil. Das ist so Star Wars-mäßig. Die Stormtrooper, ja. Ja. Oder die Amis. Genau. So, warte mal. Jetzt müssen wir noch herausfinden. Na, wir haben erstmal die kleinen Platz. So, wir lassen ja hier nichts unberührt. Ähm, wo war das Boot? Ich glaube, das war hier hinten irgendwo. Ich mache einfach mal die Karte auf. Okay. Das ist er auch nicht. Auf C. Ah ja. Sehr gut. Du könntest in den Smarties-Shop jetzt gehen, weil das nicht mehr so viel Munition für alles. Aber dann passt, wir haben ja ein unendliches Blas vor Munition. Ja, es kommt eine Zwischensequenz. Ja, ich weiß das ja nicht mehr. Tut mir ja leid. Das ist doch klar. Nee. Nee. Reggie, ich höre, du bist hier voll der Hengst. Äh, na ja. Man tut so was man kann. Das war meine Tochter, du dreckiges Scheuter. Wenn du nicht gewesen wärst, ging es Timmy jetzt sehr viel besser. Du solltest dir also echt Mühe geben, ihn zu finden. Großartig. Während ihr hier eure Zeit damit vertröntet habt, dieses jämmerliche Ferkel zu retten, haben Sapphos Leute drei neue Kasachen gebaut. Hier, nehmt dieses Sniper-Gewehr und geht jetzt endlich und knallt sie ab. Jo, was mir gerade einfällt, ihr könnt euch auch eigentlich unten mal in den Kommentaren für diese geile Qualität der Aufnahmen bedanken. Also das wäre doch mal was, ne? Also ich meine, wir machen das nicht nur für Spaß hier. Nee, echt nicht? Nee. Sonst könnte ich mir ja eigentlich keine Butter stellen mehr. Wenn wir könnten, wie wir wollten, dann würden wir. Ja, wir würden. Aber wir wollen nicht. Also unten in die Comments alles mal rein, was ihr so wollt. Wir gucken uns nochmal kurz die Mission an. Die euch im nächsten Let's Play erwartet, weil wir machen jetzt... Warum machen wir eigentlich schon ein Break? Haben sie mir schon so wieder dran und dann wieder dran. Weiß ich nicht, ich denke schon. Ja gut, also wir sollen auf jeden Fall drei Kasernen der Reaper-Wächter und alle Wächter zerstören. Tipps. Wächter kommen aus den Kasernen, bis die Gebäude zerstört sind. Wie bei den Russen. Ihre neue... Bitte, was? Was? Oder auch bei den Amerikanern oder Franzosen oder die Spanacken. Was? Spanier? Nein, Syrien. Ihr neues Sniper-Gewehr funktioniert aus der Entfernung wunderbar. Zoomen Sie heran und besser zielen so können. Ja. Das sind Pro-Tipps. Also dafür würde ich auch mal zwei Euro hinblättern. Ja, also ich hatte mal gehört, dass das Spiel hier eigentlich... Das war so die erste Auswahlstufe für so Call-of-Duty-War-Pro-Gamer-Clubs. Also wer Giants durchgespielt hat, der durfte direkt in den Elite-Squad, ne? Ah ja. Weil da hast du schon alle Fertigkeiten gelernt. Ja? Mhm. Ja, nee, ist ja wirklich so... Außer Messer. Das Messer, ja, das gab es damals ja noch nicht. Nee, deswegen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Video. Im nächsten und ciao. Ciao, ciao, die Vorspieler. Mit Jules und... Vorspieler.